Herzlich willkommen in Ihrer Löwenapotheke. Wir nehmen uns Zeit für Sie und kümmern uns kompetent um Ihre Bedürfnisse, stellen mit viel Sorgfalt Salben, Kapseln und Lösungen her, besorgen in kurzer Zeit Ihr Medikament und liefern es kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wir führen ein umfangreiches Sortiment für Mutter und Kind in den ersten Lebensmonaten sowie hochwertige medizinische Körperpflegeprodukte. Alles für Ihre Gesundheit in der Löwenapotheke am Markt 22 in Erkelenz. Untertitelung des ZDF, 2020